Sie hören hier einen kleinen Dialog zwischen Leila und Beauty. Diese beiden haben viel über ihre Erfahrungen zu berichten. Hören sie gut zu und schmunzeln sie ein wenig. Viel Spaß und bis bald wieder hier bei Dreams from Biverland. Hallo Leila. Wie geht es dir denn so? Hast du auch so keinen Appetit wie ich? Yvonne kann hinstellen was sie will, ich mag einfach nicht essen. Beauty. Was soll ich sagen, der Bauch ist schon sehr groß und es hat keinen Platz mehr für Essen. Meine Bewegungen sind nicht mehr so elegant. Ich komme mir vor wie ein Ball. Leila bei mir ist der Bauch nicht ganz so groß wie bei dir, aber ich liege viel und mag nicht mehr so rumspringen, ich bin oft müde und werde so richtig faul. Beauty. Da sind wir beide ja ziemlich schwanger. Yvonne fährt am Mittwoch mit uns beiden zu unserem Tierarzt und lässt mit einem Röntgenbild kontrollieren wie viele Babys wir erwarten. Das tut nicht weh und wir beide wissen dann mehr. Ich wünsche allen einen guten Tag und bis bald. Tschüss eure Bivalenz. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020